Was machst du? Ich bin zufrieden. Warum hast du das gemacht? Hallo, es ist mir. Hallo, wir haben uns heute gar nicht so viel gemeldet. Wir sind gerade in Köln, weil wir heute Schauspielunterricht hatten. Und es war echt richtig cool. Es hat echt Spaß gemacht. Und dann waren wir gerade noch ein bisschen in Köln rumschlendern. Und morgen geht es dann auch nach Berlin. Und dort drehen wir die Countdown Show. Endlich von Nickelodeon. Ich freue mich schon voll, weil das Team ist einfach so cool. Mit denen macht es echt immer Spaß. Und wir haben richtig coole Gäste. Das wird so cool. Oh yeah, that's the worst time for me for overthinking. Oh ja. Und oft ist es bei mir einfach auch so aus einer Fliege in den Elefanten machen. Und nur mich stresst es. Oder ich denke, das ist so schlimm und es war gar nicht schlimm. Und nur ich denke drüber nach so. Und dadurch stresse ich mich manchmal auch so. Und ich stresse mein Leben selber. Und dadurch, dass ich manchmal viel zu viel über Situationen nachdenke. Manchmal denke ich nicht viel nach. Und manchmal denke ich viel zu viel nach. Und du bist nur in der Bett. Und du bist nur in der Bett. Was habe ich getan? Warum? Und ich denke, warum Lisa? Warum hast du das gemacht? Und ich denke, das ist nur dich. Be yourself. Best thing. Ja. Meine Nase. Echt? Ja. High five. Same. 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 Story of my life. But hey. We all have our struggles. I'm just trying to stop overthink all the things I'm thinking about. Cause I think about so much stuff daily. And it drives me crazy. But hey. We're not perfect. Hope it makes sense. But yeah. But same with the last story. Cause I try to record it a hundred times. But yeah. So lange. Bestimmt hat Lena 10 Minuten aufgenommen. Und ich hab mir nur gedacht, Lena. Also wenn du auf die Frage über Denken antworten willst. Jetzt dann überdenk deine Antwort nicht. 10 Minuten die ganze Zeit das gleiche Geräusche. Like I said. Story of my life. Ich find's so krass zu sehen, wie viele das einfach betrifft. Mich würde mal interessieren, was ihr so dagegen macht. Oder was euch hilft, nicht so alles zu überdenken. Oder zu viel zu denken. Ich hatte ja vorhin schon drin, dass jemand anders hilft, es mit Freunden zu reden. Für mich ist es auch so. Mir hilft es total, mich mit Freunden auszutauschen. Weil die dann einfach auch sagen, hey Lisa, hör mal auf so viel zu denken. Das ist unnötig. Oder sagen, hey jetzt chill mal. Oder mit der Familie zu reden. Die dann auch sagen, du machst dir da grad einfach unnötigen Stress. Und das finde ich ist schon ein wichtiger Punkt. Aber was gibt's noch so? Wie kann man noch runterkommen und chillen? True. So true. Ich weiß nicht, was war meine. Wahrscheinlich will ich es richtig sein. Ich weiß nicht, was war meine. Klingst es drüber. Was rieche ich? Lena, ist das Pizza? Pizza!